Und es ist 6 Uhr morgens, ein schöner sonniger Tag draußen. Es wird auch morgen die Sonne scheinen und kein Sturm in Sicht. Also wollen wir mal gucken. So, wie sieht die Situation hier unten aus? Es war klar, Tomaten und Mais vergleichen. Seid fertig. Uiuiui. Dann können wir heute wieder viel verharmen. Ich hab mal ausgetestet, das bringt leider nichts, wenn wir mehr da haben unten. Denn wenn wir noch mehr anfflanzen, reicht die Energie einfach nicht. Dann müssen wir in den Wald rennen und so weiter und so weiter. Das kann man machen, kostet aber viel, viel mehr Zeit. Ich glaub, wir können aktuell auch gar nicht so viel verkaufen. Also am Tag, die Tageszeit reicht einfach nicht aus. Da guck ich, dass ich auf jeden Fall jetzt Geld durch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hühnchen haben wir jetzt durch Hühnchen reinbekommen. Aber Gras brauchen wir. Und ihr seht es vielleicht, oder habt es gerade schon gesehen beim Rumlaufen. Ich hab den Zaun entfernt, über Nacht. Besser ist es, mehr Platz einfach. So, das heißt 1. Gucken wir das mal mit bisschen Gras anbauen hier. Ach ja. Okay, zeitlich wird wahrscheinlich heute nichts da draus, Gras zu kaufen. Tomatenernte. Vielleicht schaffe ich es ja trotzdem noch da unten, zumindest diese eine Tomatenreihe, die wir schon haben, mit anzupflanzen. Erstmal das, was am meisten Geld einbringt. Danach können wir die Tomaten. Oh, da freu ich mich drauf, wenn wir ein Pferd haben. Da müssen wir nicht immer da hier zur Box hochrennen. Da muss ich mir was einfallen lassen, dass das Pferd nicht immer wegrennt, aber dafür gibt es ja auch schon Tricks. Ich glaub, da mach ich nämlich einfach ein Stück Saun dazwischen. Na toll. Es ist Mittag. Jetzt haben wir in der Hast schon ein Dings weggeworfen. Ich glaub, die Reihe Tomaten links schaff ich nicht mehr. Ist es schon Mittag? Also, 15 Uhr. Ich muss ja gleich auf die Uhr schauen. Ein Stück noch. Jetzt wird's. Die schaffe ich einfach nicht mehr. Tja, dann gut, wenn wir das mal jetzt um eins verschieben. Also, um einen Tag die Ernte. Die können wir auch morgen noch einpflücken. Die wird nicht faul. So, wir schaffen's auf jeden Fall jetzt nochmal, krass zu kaufen. Okay. Zwei. Ich möchte doch einfach nur eine Funktion, dass man viel kaufen kann. Auf einmal 99 oder so. Drei. Vier. Fünf. Okay. Und noch einmal Tomatensamen. Eigentlich hätte ich lieber die ganze Zeit Mais holen sollen. Auch wenn man einmal eine Ernte weniger Mais einfährt. Der Mais bringt einfach viel mehr. Ah, zack. Vielleicht kommen wir noch rechtzeitig an, um zu erfahren, wie viel wir bekommen haben. Na? Ne, ist schon dunkel. Alles klar. Tja. Jetzt geht das Gieße los. Und natürlich noch ein wenig Rumgefarmerei. Also, Gras auslegen, das können wir jetzt direkt mal machen. Die komplette Ernte mitnehmen. Zack. Nur wichtig, dass wir nicht aus Versehen Grassamen da oben rechts, also Tomatensamen dorthin schmeißen, wo der Grassamen hin soll. So. Ah, ich habe sogar ein zu viel gekauft. Egal. Ähm. Einmal da unten hin. So. Und unsere Kieskanne holen. Komm her. Ist denn irgendwo auch schon wieder grasreif? Das da, ne? Was muss das muss? Und ich glaube, ich muss gleich, äh, heute, glaube ich, in den Wald rennen. So, das hätten wir sehr schön. Wie viel haben wir? 73 Stück. Okay, kommt ja doch was rein. Oh, ich... Idiot, ich hätte... Wartet. Die Kieskanne haben wir schon dabei, das meine ich. Und los geht. Die Vigule Gießerei. Zack. Ich glaube, in einigen Harvest Moon-Teilen gibt es auch, ähm, mehrere Upgrades von Sachen, sodass man die Spitzacke einfach oft genug benutzt. Ich glaube, das war beim ersten Game of Color-Teil so, dass die, ähm, dass die dadurch einfach immer besser wurde, bis man sie irgendwann aufladen konnte. So, und die Tomaten brauchen wir heute nicht gießen, bringt eh nix. Ah, Energie geht leer. Mist. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Okay, und siebenmal noch. Das dürfte reichen. Gerade so und auffüllen und dann ist Ende, glaube ich. Ups. Ja, Ende. Energie leer. So, dann gehen wir schlafen. Gucken wir, was sie an, äh, Dings bekommen. So, wie immer. Und los geht's. Sehr schön. Ein sonniger Tag. Kein Sturm. Wo sind wir denn schon? Vierzehnter Sommer. Die Hälfte ist schon geschafft. Es ist 6 Uhr morgens. Und 7.090, obwohl wir gestern so viel für Gras ausgegeben haben. 3.000. Und wieder ein... Doch noch nicht. Ah, ich hab mich verzählt. Ich dachte, ich wär schon wieder ein Huhn groß. So. Eins. Zwei. Ich darf schon vergessen, das 6 Uhr zu füttern. Habe ich, glaube ich, schon. So. Momentan kommt ja genug Gras rein. Nun wollen wir mal schnell noch die Tomaten, die wir hier haben, wegbringen. Zack. Und dann bin ich gleich schon wieder mit, äh... Ganz viel Gießen beschäftigt. Ich glaub, die nächste werde ich jetzt irgendwie doch ein bisschen rauscutten. Die werden immer länger. Ups. So. Okay. Dann haben wir das. Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich eins mitnehmen in die Stadt. Naja, egal. Habe ich das vergessen? Ich glaub, die Wassermaschine, die kostet auch nicht so viel. Der 20. Das ist ja... In 6 Tagen. Dann haben wir sie endlich. In der Zeit kriegen wir noch ein bisschen was. Es war schon so spät schon wieder. Krass. Und Abgabe. Tja, das war's. Dann können wir jetzt auch gleich direkt gießen. Aufgeladen ist. Apropos gleich gießen. Ich muss mal gucken, ob wir Gras haben. Das wir, ähm, abernten können. Das da ist soweit. Ach, wie schön wäre das jetzt, wenn wir einfach nur den ganzen Sommer über Regen hätten. Für deine Ware gebe ich dir 1650. Hinterleg sie dir morgen. Bla. Okay. Alles wieder ab in den Gießmodus. So, Leute. Oh, toll. Energie ist schon her. Ich würde sagen, ich cutte hier jetzt einfach. Renne einfach mal eben in den Wald. Und dann starten wir am nächsten Tag. Und das ist jetzt gleich. Also hier, nach diesen kurzen Überblendungen. Und da ist auch schon wieder Morgen. Was sagt das Wetter? Das Wetter sagt sonnig. Gucken wir direkt mal auf die Farm. Gut. Also heute keine Ernte. Dann können wir auch gleich ein Ei wegbringen. Zack. Ich wusste, was darunter eins ist. Irgendwie legen die die Eier immer nach derselben Mechanik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hühner haben wir aktuell. Morgen ist wieder ganz groß, glaube ich. Das wird ein Gewusel hier drin. So, ab morgen 7 Uhr füttern. Und noch schlafen alle. Jetzt ist es 7 Uhr morgens. Die Leute wachen gerade auf. Man kann, glaube ich, nicht um 6 oder um 7 in die Stadt kommen. Da ist noch nichts los hier. Beziehungsweise es lädt einfach nicht. Wenn man direkt losrennt, ist es 8 Uhr auf jeden Fall automatisch. Somit, wenn man zum Beispiel die Uhrzeit immer auf 6 Uhr lassen würde, würde man nicht in die Stadt kommen. Das Spiel würde abstürzen. Besten Dank. Das sieht köstlich aus. Ich liebe die heißen Sommertage. Mhm. Dann gucken wir mal, wie jetzt die Tagebuchssituation aussieht. Na also, 3 Herzen. Wir haben es geschafft. Ich glaube, am 4. kommt dann ein Event. Dann kommt das 5. Herz. Und dann könnte man eine Hochzeit anfragen. Aber mal gucken. Vielleicht heiraten wir noch im 1. Jahr. des Spiels. So. Ernte brauchen wir auf jeden Fall nicht neu kaufen. Wir haben immer noch genug. Oder zu viel, sag ich mal. Bei Regen ist die Bergspitze ein sehr gefährlicher Ort. Danke für diesen Hinweis. Wir werden schon die Ausrutschung und runterfallen. Wenn doch, ist das Spiel vorbei. Game over. Sie haben sich selbst umgebracht. Ah, kommt her. Und weg hier. Ich glaube, im Herbst kann man auch gut Geld machen mit den Giftpilzen. Da schaffen wir nämlich auf jeden Fall 3 am Tag. Zack. Und los geht unsere Lieblingsbeschäftigung. Das ist gerade... Oh, okay. Viel, viel Gras. Das ist sehr schön. Endlich ist der lange Streifen hier fertig. Oh. Ups. Ein Frosch. Das nimmt jetzt auch Zeit und Kraft in Anspruch. Ich glaube, ich komme nicht drumherum, so oder so jetzt im Sommer öfters mal in die Quelle gehen zu müssen. Boah, jetzt schon Energie anfangen zu schwächeln. Dann zeig mal her. Was hast du schönes? 400 G. Okay. 131 Stück. Ja. Okay. Das hat sich gelohnt. Und morgen ist wieder erntereif. Zeit, glaube ich. Ah, daneben. Ja, ich muss gleich definitiv in die Berge. Passt mal auf. Es kann sein, dass ich diese Folge jetzt schon beende. Ich muss gucken, wie lange wir dann schon mit der anderen zusammen sind. Wenn ihr jetzt nochmal einen Cut seht, dann geht es da vielleicht nochmal weiter. Ich muss gucken, wie lange es war. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Da links wachsen schon kleine Blümchen. Also, mal gucken, was jetzt passiert. Bis zum nächsten Mal.